achtsamkeit und meditation ja leute ich habe selbst nie gedacht dass es mich so fasziniert dieses thema aber ich glaube diese mentale gesundheit so nenne ich mal dieses grobe thema ist viel wichtiger als manche von euch heutzutage denken weil wir haben zwar bewegungen wir können uns gut ernähren und so weiter aber alles ist doch zum schluss abhängig von unserem oberstübchen oder nicht wie fühlen wir uns wie lassen wir stress an uns ran lassen wir stress an uns ran nehmen wir dinge wirklich bewusst war und all das könnt ihr mit meditation und achtsamkeit super einbau ich zum beispiel habe immer eine morgen meditation und eine abend meditation die geht so für 20 25 minuten es gibt zig varianten im netz die ihr euch selber anhören könnt ich habe mich für eine entschieden die ich morgens und abends mache weil mich das einfach gefangen hat und ich damit am besten klar kommen ich glaube das ist das wichtigste ich will euch gar nichts hier vorgeben und diese meditationsübungen dienen einzig und allein wirklich um den moment auch wahrzunehmen dich mal auf dich zu konzentrieren und vor allem auch ruhe in deinen körper zu kriegen achtsamkeit ist nichts weiter als dinge wirklich bewusst zu machen in dem moment wo ihr sie tut und ob das der geschirrspüler einräume ist oder teller abwaschen oder euch mit den kindern beschäftigen oder ein buch zu lesen oder etwas aufzuschreiben gedanken aufzuschreiben ich mache die achtsamkeit übung zum beispiel morgens wenn ich mit meinem hund gehe wirklich bewusst mal zu gucken ich fange mit atmung an zu schauen wie viele schritte mache ich denn zum beispiel bei der einatmung wie viel bei der ausatmen zähle die schritte und bin bewusst wirklich ich laufe mit meinen füßen auf diesem feldweg und ob es glaubt oder nicht ich sage manchmal sogar bäum guten morgen das hört sich für viele total lustig an für mich am anfang auch aber die sache bewusst wahrzunehmen dass dieser baum nicht einfach selbstverständlich da steht sondern der ist gewachsen vielleicht entsteht sogar mal euer tisch zu hause aus diesem baum wie wie viele wege dieser baum überhaupt gegangen ist bis zu dem zeitpunkt wo ihr vorbeilauf ist es total abgefahren ich würde mich nie als spirituell und auch nie als esoterisch bezeichnen aber ich finde es gehört zu manchen dingen im leben dazu wenn man schon mit sich mit dem eigenen körper beschäftigt also mit deiner eigenen gesundheit muss man auch alle komponenten des körpers mit hinzunehmen um sich wirklich rundum gut zu fühlen und genau deshalb finde ich gehört meditation und achtsamkeitsübungen mit in unseren alltag um einfach dein stresslevel wieder zu senken probiert das mal aus wer das schon gemacht hat bitte schreibt mir unten in die kommentare würde ich mich sehr überfreuen wer vielleicht auch noch andere methoden hat auch für die ganze community bis dahin bleibt entspannt und tut auch was für eure mentale gesundheit